Hey! Du Gesindl! Das hebt's wieder auf, ne? Nein. Na sicher, du Arschloch! Mein Boden, mein Land. Hast du mehr? Ja. Sind sie Asylwerber? Sind sie Asylwerber? Ja. Na, was ist denn? Haben sie Deutsch verlernt, oder was? Arabisch, Arabisch. Ja, das waren wir klar, das waren wir klar. Ach, diese Ausländer. Wenn du das nicht aufhebst, bist du wieder daheim, wo du herkommst, gell? Das sag ich dir gleich. Das sag ich dir gleich, du Gesindl.